Momentan vor Fußgänger gesperrt an die Person an der Nordseite der alten Brücke. Das ist momentan nicht möglich. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit, diese zu überqueren. Daher der Appell an Sie, gehen Sie außenrum, wenn Sie nach Sachsenhausen wollen, oder feiern Sie woanders Silvester. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.